Hier in der Möbelschreinerei Pfisterer im Märchinger Ortsteil Steinach wird noch mit Liebe zum Detail gearbeitet. Und das seit über 30 Jahren. Dass sich der Handwerksbetrieb so lange halten konnte, war keinesfalls einfach. Seit 1982 habe sich viel verändert, weiß Schreinermeister Nikolaus Pfisterer. Heute kaufen die meisten ihre Einrichtung nur noch in großen Möbelhäusern. Dabei hat der Gang in die Schreinerei viele Vorzüge. Wir können jedes Material in jeder Form und in jeder Art verarbeiten. Und wir sind auch in der Lage, das zum Preis zu machen, der sicherlich viele Leute überraschen würde, die der Meinung sind, dass Handwerk zu teuer ist. Handwerk ist nicht zu teuer. Und im Verhältnis zu dem, was das Handwerk leisten kann, ist es meines Erachtens unvergleichlich. Die Schreinerei Pfisterer zählt zu den klassischen Schreinereien, wo man noch alles bekommt. Egal ob Kleiderschrank oder Kommode, jedes Stück ist einzigartig und wird ganz individuell nach den Wünschen des Kunden konzipiert. Das kann ich dann ausarbeiten, kann die Leute beraten, aus welchen Materialien man das machen kann, wie man das machen kann. Und kann dann, wenn man so weit klar ist, kann ich dann ein Angebot erstellen. Das heißt, ich kann aus Materialkosten und Arbeitsaufwand errechnen, was das Möbel dann kosten wird. Und kann entsprechend dem Kunden ein Angebot machen. Die Schreinerei in Märching besteht aus insgesamt fünf Mitarbeitern. Hier packt jeder mit an, um den Möbeln den letzten Feinschliff zu verpassen. Das Schöne bei uns ist, wir arbeiten mit lebendem Material. Holz lebt genauso wie mir und arbeitet ständig, auch wenn es 100 Jahre alt ist. Wenn es feucht wird, geht es auseinander. Wenn es trocken ist, zieht es sich zusammen. Und das alles muss der Schreiner beherrschen, um ein Möbel zu bauen, das dann auch über lange Zeit hält. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Sei es die massive Eingangstür, die moderne Garderobe oder gleich die gesamte Küche mit dazugehörigem Esstisch. Die Schreinerei Pfisterer in Märching steht für echte Qualitätsarbeit, individuell gestaltet und hochwertig verarbeitet.